Jetzt nach Düsseldorf hinfahren, Start kommt! So, wir fahren jetzt nach Düsseldorf und dieser ganze Zug ist hier vollkommen erfüllt. Das ist voll scheiße. Und wir werden in Düsseldorf heute schlafen. Wenn wir da ankommen. Und er kommt auch mit. Jawoll! Wir werden auf jeden Fall draußen pennen. Das ist ganz wichtig. Aber wir kommen auf jeden Fall mit dem Wagen nicht rein. Mit diesem Voll-Fett-Wagen, wo mein Natur-Orient-Tattoo drauf ist. Der Zug war viel zu voll. Wir haben da nicht reingepasst. Jetzt müssen wir eineinhalb Stunden warten. Bevor dieses Video weitergeht, möchte ich mit euch die Verlosung des letzten Gewinnspiels machen. Aber bevor wir zur Verlosung kommen, möchte ich euch mitteilen, dass ich ein paar stärkere Kanaländerungen durchgeführt habe. Ich habe fast alle Videos, die im Abschnitt eingestampfte Formate drin lagen, runtergenommen, da sich die alten Formate zu sehr mit dem heutigen Kanal-Konzept beißen tun. Die ältesten Videos wie Toilette oder Treppe gefunden oder Gurke gefunden oder Holzbalken. So wie die separaten Fanpost-Öffnen-Videos, die ich eine Zeit lang gemacht habe. Die werden für die Öffentlichkeit dauerhaft online bleiben. Aber fast alle anderen Videos, die zum heutigen Kanal-Konzept überhaupt nicht reinpassen, die habe ich alle runtergenommen. Aber nicht für alle. Ich habe mir überlegt, dass anstatt, dass ich alle alten Formate auf Privat setze, dass ich die nur noch für Stufe 3 Premium-Kanal-Merkitschaften freigebe. Hauptsache die Videos landen nicht mehr im öffentlichen Algorithmus. Und ich habe für Stufe 3 Mitglieder ein neues, besonderes Benefit eingeführt. Und zwar werde ich ab sofort währenddessen nicht zum Beispiel eine Tour oder ein Biwak oder ein anderes Videoprojekt abfilmen, gelegentlich Status-Updates oder weitere Mitteilungen als Kurzvideo veröffentlichen, also als Short. Genau. Allerdings werde ich das nicht regelmäßig, sondern nur ab und an machen. Also erwartet von mir keine Regelmäßigkeit. Alle gewöhnlichen Videos werden natürlich weiterhin für alle öffentlich bleiben. Es sind nur die kurzen Status-Updates sowie die alten Formate, die ich für die Stufe 3 Mitglieder freigebe. Und ich werde jetzt die Verlosung des letzten Gewinnspiels machen, worin einer von euch diese Trunat-Lampe hier gewinnen kann. Die ist leistungsstark, natürlich verpackt. Genau, ich werde jetzt das Gewinnspiel machen, die Verlosung. So, jeder der die Instagram-Anforderungen richtig gemacht hat, habe ich mit einem Like versehen, weil Instagram-Story, die verfallen ja nach 24 Stunden. Und wenn ich like, dann bleibt das als Nachricht gespeichert. Und genau, so habe ich einen Prüfwert. Und genau, also so prüfe ich das jetzt. Und ich habe hier diese Comment-Picke offen. Ich werde hier den Link eingeben zum Video, zum Gewinnspiel-Video. Und das auf Hashtag Lampe filtern. Genau, es gibt insgesamt 13 Kommentare mit Hashtag Lampe. Und jetzt werde ich den Gewinner picken. Nick Weider. Nick Weider. Okay, ich prüfe das einmal. Ob ich das auf Instagram finde. Nick Weider 2023. Habe ich das markiert oder nicht? Ne, sieht schlecht aus. Tut mir leid, du hast die Lampe nicht gewonnen. Weil du hast die Instagram-Anforderungen nicht richtig erfüllt. Tut mir leid. Also ich habe da keine Erwähnung bekommen von dir. Und genau, deswegen werde ich einen neuen Gewinner picken. Das wird immer spannender. Pflichti Deluxe. Ich gucke mal kurz. Jawohl. Ich habe dich gefunden. Hier. Deine Story. Natürlich ist die nicht mehr da, weil wegen 24 Stunden verfällt die. Aber ich habe es geliked. Und herzlichen Glückwunsch, du hast die Lampe gewonnen. Also diese hier. Schreibe mir privat auf Instagram und gib mir die Adresse Bescheid, wo ich die Lampe hinsenden soll. Und für alle, die diese Lampe nicht gewonnen haben, ich habe das unten in der Beschreibung verlinkt. Und diese Lampe ist wirklich leistungsstark. Guck mal. Ähm. Ne. Genau. Die ist. Also für die Größe ist die total leistungsstark. Also ich war auf jeden Fall erstaunt, als ich da mit draußen war. Genau. Pflichti Deluxe. Ich werde jetzt auf dich mein Kopffoto kopieren gehen und das mit Autogramm und dann Lampenzute zusenden, sobald ich die Adresse habe. Genau. Genau, das mache ich jetzt. So sieht das Bild aus. Das ist ein richtig geiles Bild. So sieht mein fotokopierter Kopf aus. Ich werde den jetzt unterschreiben. So, ich werde jetzt Urinautogramm machen. Hier sind ein paar Striche drauf, wenn mein Drucker ein bisschen zu vertrocknet ist. Aber egal, ich werde das mit den Strichen und den Urinautogramm mit der Lampe mitschicken. Ich werde jetzt einmal kurz rausgehen und ein paar Bierpaus nachholen und danach beginnt das eigentliche Video. Gepost. Ich grüße Michu M. Ich grüße Ralf Schmergel. Ich grüße Daniel F. Auf dich werde ich jetzt fünf Stück machen gehen. Bierpaus 1, Bierpaus 2, Bierpaus 3, Bierpaus 4, Bierpaus 5. Unser nächster Zug kommt an. Wir werden jetzt hier einsteigen. Oh, da ist eine Brücke vorbeigefahren. Das ist richtig geil. Oh, das war richtig spektakulär. Es klang, als ob du da so ein fett in der Space gesehen hättest. Aber es war nur eine scheiß Brücke. So, weil diese Bahn auch zu voll war, wurden wir nach oben hochgescheucht zur ersten Klasse. Weil hier war leer. Deswegen sind wir jetzt hier oben in der ersten Klasse. Wir fahren gegen unseren Willen erste Klasse. Genau. Wir wollten zweite Klasse eigentlich nur fahren. Das ist richtig wierlich und ekelhaft und schrecklich. Weil die Sitze sind ja viel bequemer als so. Wir haben nur zweite Klasse verdient. So, wir sind jetzt hier in Düsseldorf angekommen. Und genau, mit ganz viel Verspätung. Weil wir die ganzen Züge nicht erreicht haben. Genau. Und deswegen sind wir jetzt in Düsseldorf angekommen. Und wir werden heute irgendwann hier in Düsseldorf pennen. Das wird richtig geil sein, wenn wir unseren Pennenplatz suchen gehen. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist eine Figur mit Fotografie Paparazzi Aggregat zu stetten. Genau. So, wir haben gerade einen Zuschauer getroffen. Und wir fahren jetzt mit dem Bus weiter nach, keine Ahnung wohin. Guck mal, guck mal hier. Wir sind jetzt gerade an einer Haltestelle ausgestiegen. Und, ähm, und guck mal. Guck mal, hier vorne ist ein, ähm, Turb oder wie das heißt. Und wir gelaufen jetzt noch richtig in Darlack. Das wird so richtig geil sein. Prüfen, wo wir schlafen später. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist ein, ähm, verlassener Kran. Und da ganz hinten, da fährt Schiff. So ein Rheinschiff. Weil das hier, das ist Rhein oder wie das heißt. Aber genau, da vorne fährt so ein richtiger Schiff. Guck mal, hier vorne sind sogar zwei Schiffe, die sich überqueren. Das sind richtige Rheinschiffe. Die sind richtig geil. Die haben es richtig drauf. Guck mal, guck mal hier. Guck mal, hier vorne ist eine Vollfettbrücke. Hier laufen wir gerade durch. Und da vorne ist auch so ein richtiger Vollfettschiff. Also ein Schiff mit Fetts dran. Ein richtiger Vollfettschiff. Ähm, in meinem Gehirn sind weiße Würmer drin, die mein Gehirn auffressen. Ich weiß zwar nicht, warum die das machen, aber das ist so. Das ist genau so. Das passiert jetzt gerade. Das ist richtig voll cool. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Und, äh, genau, ähm, hier, das ist, das hab ich aufgebaut. Hier werden ich und Bianca drunter schlafen. Und, äh, hier wird mein Bruder drunter schlafen. Ich hab bestimmt irgendwie fünf, sechs Mal diesen Scheiß, da hab ich nochmal neu aufspannen müssen. Weil dieser Scheißboden hier so scheiße sandig ist. Und, ähm, das war richtig scheiße gewesen, das hier aufzuspannen. Gleich bekommen wir Besuch. Genau. Das wird so richtig geil sein. Wir freuen uns drauf. Der kommt gleich. So, ich werde jetzt Nudelwasser, äh, anmachen. Ja, genau. Das ist richtig geil, Nudelwasser, äh, drauf zu machen. So, jetzt wird, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Thunfisch gebraten. Das ist richtig geil. Thunfisch kann ich nur empfehlen. Thunfisch ist richtig geil. Nein, hab ich noch nicht. Nee, okay. So, jetzt werden diese regelfarbene Paprika hier reingemacht. Und jetzt werden diese spermafarbenen Zwiebel reingemacht. So, jetzt wird erstmals Herr Nummer eins gemacht. Für den Herrn Bettin. Dankeschön. Das ist Dennis Bettin. Er hat, ähm, in der Vergangenheit wirklich coole Sachen gemacht. Äh, du bist, äh, von Wilmshaven bis zur Zugspitze in 17 Tagen, äh, fast durchgelaufen. Genau, aber nur bis zur Hälfte. Ich musste ja aufgeben wegen der Niederentzündung. Mein Freund hat es dann geschafft und in 16 Tagen war es dann. Das ist krass. Das ist eine extrem krass Leistung. Und du bist 700 mal, ähm, 713. 13 mal vom 3 Meter Brett gesprungen. Das stimmt. 713 mal vom 3 Meter Brett gesprungen. Das stimmt, genau. Und, äh, war 95 Kilometer Schneeschuhlaufen bei minus 25 Grad in Bayern. Äh, in 24 Stunden. Und, äh, zwei Wasserrutsch-Weltrekorde. Auch 24 Stunden lang auf eine Wasserrutsche. 50 Kilometer gerutscht in Erding, in München. Sind die alle noch aktiv da in der Weltrekorde? Die sind alle noch aktiv, ja. Oh, geil. Die stehen auch im Grundnisbuch. Das ist, das ist geil. Die stehen, kann man auch googlen noch. Das ist alles. Ich hab auch die Urkunden dann zu Hause noch. Alle 5. Geil. Googelt nach, äh, Dennis Bettin. Unbedingt. Genau, wer das mal sehen möchte, äh, den Wahnsinn, dann, äh, kann sich das gerne anschauen. Da weiß er, glaub ich, alles drüber dann. Also man kann alles nachlesen. Und der hat so eine ganze... Ja, große, ja. Das heißt, mal eine zu kaufen und die einfach nur wieder aufzufüllen, ne? Mit der großen, ne? Hier. Dankeschön. Bitteschön. Ich wünsche euch allen einen, äh, schlechten Appetit oder wie das heißt. Dankeschön. Ne, so kann ich das nicht kochen. Ist das Salz, oder? Das schmeckt, ähm, voll schlecht. Ich mag das nicht. Was? Ich mag das gut. Wo ist sie? Da ist sie. Eine Rette. Die haben wir natürlich an... Die Ratte haben wir natürlich hier angelockt mit unserem Essen. Raten sind voll cool. Die klauen unser Essen, oder wie das heißt. Boah geil, guck mal hier. Gute Nacht, bis morgen. Boah. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Es ist nass und feucht. Das ist richtig geil. Es ist hier alles komplett durchnässt. Ja, Bettin. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Tour Day TV. Guten Morgen. Ich hoffe, du hattest eine sehr schlechte Nacht gehabt. Nö, ich bin trocken gewesen. Das ist cool. Wir sind nass und feucht. Das ist geil. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist eine leere Brotpackung. Da war Brot drin. Ähm, da war ganz viel Brot drin. Aber das haben wir uns die Ratten weggefressen. Äh, deswegen ist das jetzt leer. Und äh, weil wir jetzt kein Brot mehr haben, haben wir nur Purwürstchen. Zum snacken. Aber genau, weil die Ratten das hier aufgefressen haben. Und zwar, hier haben die ein Loch reingegessen und das dann aufgegessen. Äh, und das ist uns das ganze Brot weggeklärt. Dann wird das hier jetzt ins Müll einmal reingemacht. Die Ratten sind frech. Buche kann man essen. So, ähm, mein Bruder hat seinen Tarp abgebaut. Und auf diesen Lattenrost, was hier rum lag, hat er drauf gepennt. Und das war richtig unangenehm gewesen. Ja, man musste die ganze Zeit auf den Rücken schlafen. Auf der Seite gegen gar nicht. Aber ich war trocken. Du nicht. Das ist cool. Das sagt daran, weil dieser eine Hering abgegangen ist. Und das hat uns dann nass und feucht gemacht. Die Ratten haben dein Brot gegessen. Die Ratten haben unser Brot aufgegessen. Die haben uns beklaut, die Ratten. Das ist schon nochmal hart mit den Ratten, ne? Ja. Das sind scheiß Ratten. Ratten sind geil. Ich hab mal mit einer Ratte rumgeleckt. Nein, echt? Ja. Bei dir sind Ratten unter dein, dein Rost gelaufen, ne? Ja. Unter meinen Schlafplatz durch. Das ist cool. Und haben Geräusche gemacht. Und dann Brot gefressen. Das ist richtig geil. Vor allem, warum fressen die unser Brot auf? Das ist doch total... Das ist total dreist. Jetzt hat er Koffein hergestellt. Jetzt Koffein saufen Start kommt. Ist noch ein bisschen heiß, aber trotzdem, draußen in der Natur Koffein zu saufen ist geil. Und das ist ein Schokoladenbrötchen. Das ist immer noch meine Outdoor Zahnbürste. Die ich für Outdoor Buschkraft und Survival benutze. Genau. Die ist voll cool. So, meine verfettigte Sackhaare ist eingepackt. Der von meinem Bruder auch. Der ist kleiner. Das ist eine Minimalsackkarre. Und jetzt laufen wir zu keiner Ahnung wohin. Guck mal da drüben, da fährt ein Düsseldorflicher Schiff lang. Also so ein richtiger Vollfettschiff. Ein Schiff mit Fetts dran. Vollfettschiff. So, wir sind gerade gestartet. Und mein Müllsack ist natürlich aufgerissen. Das muss zusammengenäht werden. Oder neuer Müllsack. So, ich habe da neue Müllsäcke drangehangen und das da reingemacht. Damit kein Müll mehr runterfällt, dass wir das dann aufheben müssen. Genau, deswegen habe ich das hier drangemacht und da reingemacht. Aber ich habe wenigstens Grip unter den Schuhen. Ja, ja, es geht. Hey! Haha! Haha! Das war so ein richtiger Arischloch-Berg gewesen. Haha! So, wir haben unseren Gepäck erfolgreich hier hochgetragen. Und der Wagen ist wieder zusammengebaut. Das war ein richtig mieses Stück Scheiße gewesen, dieser Berg. Wir laufen jetzt über diese Brücke rüber. Damit wir über diese Brücke rüber gelaufen sind. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne fahren Autowaggons lang. Autowaggons? Ja. Oder ein Schiff mit Autos beladen. Ne, das sind irgendwelche Waggons, die hier über Wasser rumlaufen. Guck mal, hier vorne fährt ein Schiff mit Anhänger dran. Das ist Düsseldörflich. Das ist Trinkwasser, was trinkbar ist. So, wir sind jetzt an einer Bushaltestelle. Und gleich fährt unser Bus zu irgendwo anders hin. So, wir sind gerade Bus gefahren. Und jetzt laufen wir einen Kilometer weiter zu einer anderen Stelle hin. Also damit wir nicht auf derselben Stelle stehen bleiben. Guck mal, diese Blumen hier vorne, die können Sonnenblumenöl rausspritzen. Das können die wirklich. So, wir haben hier einen Bäcker gefunden. Wir werden da jetzt erstmal ein Brötchen oder sowas holen. So, wir haben die Bäckerie aufgegessen. Und jetzt laufen wir da rein. Das ist ein, ich weiß nicht, Oldtimer oder sowas. Ausstellung. Genau, so ungefähr. So eine Ausstellung für Oldtimer. Also alte Fahrzeuge und sowas. Da gehen wir jetzt rein. Guck mal, erstes Oldtimer-Auto gefunden. Der hier, der sieht voll cool aus. Und hier vorne stehen noch mehr Autos rum. So einen richtigen voll Alt-Autos. Autos mit Alt dran. Hier vorne sind ganz viele Motorräder auch mit Alt dran. Da vorne ist ein Ferrari mit Alt dran. Und hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Hier sind noch viel mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Und hier vorne ist ein zukünftiger Fahrzeug. Hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Ich habe schon wieder Ferrari gefunden. Und hier vorne ist noch so ein Ferrari. Hier vorne ist ein, genau, Mercedes heißt das. Guck mal, dieser Fahrzeug, der hat da hinten einen Platten dran. Hier vorne ist so ein richtig geiler Bus. Ich mag diese Karosserie, die sind voll cool. Da kann man drin schlafen und so. Und rumfahren. Und hier vorne ist auch so ein voll Alt-Auto. Keine Ahnung, von England oder weiß ich auch selber nicht. Hier vorne ist noch so ein voll Alt-Auto. Hier vorne sind noch mehr diese englischen voll Alt-Autos. Hier vorne ist ein alter Geländewagen. Hier drüben ist noch so ein Geländewagen. Jeep oder wie das heißt. Genau, und hier vorne ist schon wieder so ein voll cool Auto, wo man drin schlafen kann. Genau, hier sind überall so eine Autos. Guck mal, hier vorne stehen ganz viele Ferraris rum. Also mit genau diesen Zeichen. Ich wäre ein richtiger Spinner oder wie das heißt. Hier vorne ist schon wieder so ein voll Alt-Fahrzeug. Der sieht voll cool aus, weil der so klein ist und so. Und hier vorne ist ein Porsche mit Farbe dran, wo sogar Saale dran steht. Dieser Porsche mit Farbe dran, der ist hier für eine Million Euro zu verkaufen. Und hier vorne ist schon wieder so was Englisches oder was das ist. Hier vorne ist noch so ein voll Alt-Auto. Und hier vorne ist ein voll Alt-Auto mit Staub dran. Hier vorne sind noch viel mehr voll Alt-Autos, die so richtig alt sind und so. Und veraltete Sportwagen auch noch. Die kommen auch noch hinterher. Und veraltete Lastwagen, genau. Hier sind veraltete Zweirad-Fahrzeugen, die so richtig alt sind und so. Oder neu, je nachdem. Ist beides hier. Hier sind überall diese voll Alt-Autos. Also Autos mit Alt dran. Die sind hier überall. So, ich war hier bei dieser Auto-Ausstellung mit Ihnen drin gewesen. Das war voll cool gewesen. Und jetzt laufen wir raus. So, wir sind draußen und jetzt sind wir hier an dieser Bushaltestelle hier vorne angekommen. Und wir fahren gleich mit dem Bus nach Hauptbahnhof, genau. Das wird gleich so richtig geil sein, den Bus zu fahren schon wieder. So, wir sind im Bahnhof angekommen. Und wir werden jetzt hier einsteigen in diesen Zug rein, damit wir gleich Zug fahren können. So, wir sind gerade in Osnabrück angekommen. Und ich werde dir zeigen, wo ich schon mal geschlafen habe. Weil ich den letzten Anschluss nicht erreicht habe. Na, aber gut, wir erreichen uns dann heute. Wir haben wieder eine Stunde warten müssen. Jawohl, genau hier hinter habe ich mich hingelegt. Und hier habe ich geschlafen und den ersten Zug habe ich dann verpasst, weil ich so geschlafen habe. Den zweiten habe ich, glaube ich, auch verpasst. Aber den dritten habe ich nicht verpasst, weil plötzlich Regen kam und mich das irgendwie wachgelegt hat. Genau, das hat mich wach gemacht. Aber jetzt sowas hier, zum Beispiel so eine Züge hier, die die ganze Zeit alle paar Minuten hier rumfahren und mich hier belästigt haben. Ja, das war zwar scheiße gewesen, das war eine krasse Location. Aber ich habe zwar ziemlich gelaufen. Und jetzt laufen wir zum nächsten Gleis. Um dort dann unseren Anschluss zu erreichen. Oh scheiße, unser Anschlusszug ist weggefahren. Es ist voll scheiße. Normalerweise wäre der 36 weggefahren, aber nachdem ich jetzt gerade aktualisiert habe, ist der 31 schon weggefahren. Das heißt, wir sind zu spät. Wir kamen sowieso nicht an den Anschlussrand ungefähr. Für mich ist das eine Normalität. Diese Probleme mit der Bahn. Mit der Deutschen Bahn. Die ständig, wo man die Anschlüsse nicht bekommt und hin und her schiebt und Gleiswechsel macht in den letzten Sekunden und sowas. Vor allem, das war sogar Gleiswechsel gewesen. Normalerweise wäre unser Zug da hinten gestanden, wo wir eigentlich auch gestiegen sind. Genau, in einem gegenüberliegenden Gleis. Also an dem Gleis, wo ich schon mal geschlafen habe, da hätten wir eigentlich eingestiegen müssen. Also da wäre der Zug gekommen. So, weil wir jetzt gerade wegen der verpassten Bahn eine Stunde Zeit haben, werden wir uns hier bei McDonalds fett fressen. Guck mal, da drüben ist Feuerwerk. Das spritzt hier rum und macht genau so etwas hier. Da ist ganz viel Feuerwerk. Ich so mal ran. Jawoll. Und der Zug kommt angefahren. Wir werden jetzt hier einsteigen. In diesem Video war ich auch mit meinem Bruder unterwegs gewesen. Und da wurden wir so richtig belästigt, als wir unter einer Brücke gepennt haben. Das war voll cool. Gebt euch die Belästigung, weil ich will das so. Das war so. Das war ein bisschen vorher.